Messieurs, dames, bonjour, herzlich willkommen zu einem Video aus dem Bereich Wortschatzfranzösisch. Ein ganz kurzes Video. Wir haben ein paar Verabschiedungsfloskeln, die man im Französischen gängigerweise eben so verwendet für euch. Da gibt es ja so ein paar Klassiker, zum Beispiel à demain, bis morgen, da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Wenn ich mich bis morgen verabschieden will, dann sage ich einfach à demain, dann ist das ganz einfach. Aber es gibt so ein paar, die man eben noch verwendet oder vielleicht auch sogar nicht mehr verwendet, weil es schon so ein bisschen alt klingen. Und die haben so verschiedene Zeiten der Verabschiedung im Hinterkopf. Also da hätten wir als erstes mal au revoir, dann à bientôt, beziehungsweise à la prochaine vielleicht, à plus, kennt ihr vielleicht natürlich auch aus dem Französischbuch. A plus tard, wir hätten à tout à l'heure und vielleicht noch à tout suite. Und auch mit der Aussprache bei den letzten beiden, schön aufpassen, à tout à l'heure und à tout suite. Und jetzt sehen wir die uns ganz kurz im Einzelnen einfach mal an. Als erstes mal au revoir. Naja, ganz ehrlich, au revoir, natürlich ist es Französisch und natürlich wird es auch noch verwendet. Aber ich denke, man muss schon sagen, au revoir, so langsam, aber sicher kommt es so an einen Punkt im Französischen, im modernen Französisch, wo es eigentlich ein bisschen ausgedient hat. Was bedeutet au revoir eigentlich? Heißt ja eigentlich bis zum Wiedersehen. Es wird aber dann verwendet, wenn zwei Personen sich verabschieden und zwar auf unbestimmte Zeit. Vielleicht könnte ich es mal ein bisschen umdrehen und sagen, je reviendrai après demain, alors ce n'est pas à nos revoir. Also ich komme ja übermorgen schon wieder, das ist also keine endgültige Verabschiedung, so ist das eigentlich dann gemeint. Je reviendrai, futur simple. Je vais revenir, das wäre dann das futur composé. Je reviendrai après demain. Après demain ist übermorgen. Alors ce n'est pas à nos revoir. Ce n'est pas à nos revoir. Also je nachdem, ob man das Esschen mitsprechen möchte oder nicht. Machen wir weiter mit abianto. Abianto. Das ist so das typische Aufwiedersehen. Abianto, wörtlich übersetzt, heißt eigentlich bis bald. Also wir gehen schon davon aus, dass wir die Person irgendwann wiedersehen. Ist allerdings noch relativ unbestimmt. Kann ja ein paar Tagen sein, paar Wochen sein, paar Monaten, wann es eben möglich ist. Abianto. Abianto. Vielleicht würden wir es so abianto mit à la prochaine gleichsetzen. Ja, à la prochaine wäre so bis zum nächsten Mal à la prochaine fois. À la prochaine bis zum nächsten Mal à bientôt. Das wäre so in etwa gleich zu verwenden. Und das ist eigentlich auch ziemlich universell einsetzbar. Kommen wir zu A+. Also kann mit A plus geschrieben werden oder A plus eben ausgeschrieben sozusagen. Das ist so das typische Bis bald. Und man verwendet es, das ist A plus so entre jeunes. Also so Jugendliche würden das wahrscheinlich verwenden. Wäre im Englischen so ein See you oder See you soon. Also wenn man sich so verabschiedet, ganz einfach so unter Freunden. À la fin d'une lettre zum Beispiel am Ende eines Briefs. À la fin d'un Message. À la fin d'un E-Mail par exemple. Ich denke, das findet ihr teilweise auch in euren Textproduktionen wieder. In euren schriftlichen Leistungserhebungen. Also typisch am Ende von so einer E-Mail. A plus. Und dann einfach den Namen dazu. A plus tard. Jetzt wird das S von dem plus nicht mitgesprochen. A plus tard. A plus tard. Also bis später. Im Prinzip eigentlich noch am selben Tag. A plus tard. Wenn es dann schon auf den nächsten Tag geht, denke ich, würden die Franzosen dieses A plus tard nicht verwenden. Also am selben Tag. Wenn ich davon ausgehe, ich sehe mich heute eben nochmal. Dann wäre es eben bis später. Ansonsten würde ich bis morgen sagen. Auch im Deutschen. Also bis später im Prinzip eigentlich noch am selben Tag. A plus tard. Tja, das entspricht so dem Englischen vielleicht see you later. Vielleicht kennt ihr den Spruch see you later, alligator, after a while, crocodile. Also im Französischen a plus tard. Deutschen bis später im Englischen see you later. Also hier schön. Also richtig in einem durchsprechen. A tut a while. A tut a while. A tut a while. Und nochmal. A tut a while. Das heißt so bis nachher. Wenn wir so sagen a tut a while, dann gehen wir davon aus, dass wir in ein bis zwei Stunden die andere Person dann eigentlich wiedersehen. Also bis nachher. Bis gleich. A tut a while. In ein bis zwei Stunden. A tut a while. Und das wäre dann vielleicht so im Englischen I'll be back shortly. I'll be back shortly. Und jetzt haben wir im Französischen noch auch dieses A tut a while. Auch schön durchsprechen. In einem Zug. A tut a while. A tut a while. Und dieses A tut a while. Das ist dann wirklich so. Also ich gehe nur mal schnell um die Ecke. Oder bin fünf Minuten da. Bin eigentlich schon auf dem Weg. Bis gleich. Ich meine, was anderes fällt mir jetzt im Deutschen eigentlich kaum ein. Bis ganz gleich. Das sagt man zwar ab und zu, aber so richtig deutsch ist es ja eigentlich nicht. Im Französischen, à tout de suite. Das heißt, oh ja, okay, also wir sehen uns gleich wieder. Das dauert fünf Minuten. Jetzt gehe ich schnell zum Einkaufen, kaufe noch eine Milch und Cornflakes. Und dann bin ich wieder da. Und dann eben im Französischen bitte, à tout de suite. So, das wäre so im Englischen, in a minute. Und dann in a minute, wenn ich das so sage, dann drücke ich auch aus. Tu also, ich bin sofort wieder da. In a minute. I'll be back in a minute. Sozusagen. Das wäre es. Merci pour votre attention. Also das wäre es schon für dieses Mal. Ganz kurz, wie man sich im Französischen verabschiedet. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sagen wir, à tout de suite, à plus, à demain. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, à la prochaine. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.